Musik Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben hier bei HOPE TV und mit dabei sind, einen HOPE-Gottesdienst zu erleben. Wenn Sie nicht in eine Kirchengemeinde gehen konnten, dann sind wir für Sie da. Und es ist schön, dass Sie diese Zeit mit uns gemeinsam verbringen. Wir wollen hier wirklich mit Ihnen gemeinsam Gottesdienst machen, wann immer Sie mögen und die Zeit haben einzuschalten. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das eigentlich so ein bisschen schwierig ist. Ich bin ganz ehrlich, das hat auf den ersten Blick gar nicht so viel mit Hoffnung zu tun, obwohl das unsere Mission und unsere Passion ist, Hoffnung zu vermitteln. Wir sind bei HOPE TV. Aber mir geht es ehrlich gesagt mit dem Thema und mit dem, was ich erzähle, gar nicht so gut. Das liegt mir richtig schwer auf dem Herzen. Und wenn ich Sie jetzt frage, wie geht es Ihnen, dann würde ich mir wünschen, Sie würden sagen, mir geht es richtig gut. Bei mir läuft es. Auch wenn es vielleicht ein bisschen bergauf geht, aber bei mir läuft es trotzdem. Es läuft nicht rückwärts. Mir geht es gut. Wenn Sie aber zu den Menschen gehören, die sagen, Pastor, wenn Sie mich so fragen, wie es mir geht, dann bin ich eigentlich auf der anderen Seite. Dann müsste ich jetzt eigentlich die Hand heben und sagen, mir geht es gerade gar nicht so gut. Und wenn Sie jetzt die Hand heben und ich glaube, dass einige hier jetzt zucken, weil das Leben ist immer so, dass es leider auch Menschen gibt, die es mal erwischt und die dann eher mal die Hand heben und sagen, mir geht es gerade gar nicht so gut. Und dann bin ich da gerade bei Ihnen. Ich hebe auch mal die Hand und sage, mit dem Thema und mit dem, was ich erlebt habe, geht es mir auch gerade nicht so gut oder es ist so schwankend. Ich hebe auch mal die Hand. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, na ja, okay, aber wir sind auch bei HoopTV und wow, was machen wir jetzt? Mal schauen, wie wir gemeinsam hier das Thema entwickeln. Gut, schlecht oder mittelmäßig? Wie geht es Ihnen? Ich erzähle Ihnen, warum es mir mit dem, was ich erlebt habe, eher schlecht ging. Wir waren gemeinsam mit der Familie in den Wintermonaten, ja, es war Anfang des Jahres, wir waren Skifahren. Und Skifahren ist für uns als Familie ein Traum. Ich persönlich bin wirklich leidenschaftlicher Skifahrer. Ich liebe es, wenn ich in die Berge hochfahre. Für mich ist das echt befreiend, wenn du dann so im Lift entweder stehst und du wirst nach oben gezogen und siehst die Bergwelt über dir oder du schaust auch nach hinten und siehst dann die Bergwelt hinter dir. Du fährst die Piste durch den weißen Schnee, der blaue Himmel. Das ist so ein Gefühl der Freiheit, auch der Erhabenheit, der Würde. Das ist wunderschön. Wir sind gemeinsam mit der Familie am Skifahren. Vielleicht denken Sie jetzt schon, ich weiß, was kommt. Meine Frau fährt mit dem ersten Sohn die Piste runter. Unser Jüngster kriegt nicht ganz mit, welche Piste er nehmen soll. Und er fährt die falsche Piste. Er nimmt die falsche Piste, die falsche Abfahrt. Meine Frau, die eigentlich gut Skifährt, bei ihr haut der Mutterinstinkt rein. Und sie fährt so schnell, wie sie normalerweise nicht fährt, um ihn einzuholen, um ihm Bescheid zu geben. Ey, du bist falsch unterwegs, wir wollen ja irgendwie zusammenbleiben. Ich bekomme es gar nicht mit, weil ich ganz hinten fahre und schaue, wen kann ich vielleicht einsammeln irgendwo. Ich komme runter und da hängt meine Frau. Sie stützt sich ab und hält ihr Bein und kniet so im Schnee und die Kinder drumherum. Und ich sage, ey, was ist los? Und meine Frau sagt, ich glaube, ich kann nicht mehr aufstehen. Er hat sich total ihr Fuß verdreht. Die Bindung ging nicht auf und dann hat sich total ihr Fuß verdreht. Und ich sage so, ja, du Moment, warte doch mal ab. Also vielleicht geht es ja noch. Und ich komme so ran und helfe ihr und stütze sie. Und wir gucken mal, ob wir die Belastung draufkriegen auf das Bein. Aber ey, nee, es geht nicht. Und sie sagt selber, nein, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kriege keinen Druck drauf. Und dann stehst du mitten in der schönen Bergwelt, in der Traumwelt. Alles war gerade noch so schön. Und der Traum ist zerplatzt. Der Urlaub ist vorbei, am letzten Tag auch noch. Der Film geht dem Kopf ab. Was machen wir jetzt? Ein Glück war gegenüber so einem Lifthaus, wo immer Leute drin sind. Die Scheiben sieht man ja oft nicht, wer so drin ist. Aber ich renne einfach hin, so schnell meine Ski ab, renne zu diesem Haus und aktiviere die Bergrettung. Und zum ersten Mal in meinem Leben kommt die Bergrettung. Erst kommt ein Skifahrer, guckt sich das selber an, merkt, ja, okay, funktioniert nicht. Er ruft über Funkgeräte in Motorschlitten. Und ja, wer schon immer mal gerne Motorschlitten fahren würde, toll, meine Frau hat es erlebt. Aber nicht so, wie sie Lust drauf gehabt hätte. Und wir setzen sie auf den Motorschlitten und es geht runter. Das war's. Operation noch direkt im Skigebiet und ich mit den Kindern, mit drei Kindern, die Mama verabschieden im Krankenhaus. Die nächsten Tage werden die Operationen anstehen und wir müssen allein zurückfahren. Es ist mittlerweile spät geworden und ich bin mit meinen Kindern unterwegs. Wir fahren im Auto und meine Kinder schlafen schon hinten und was habe ich gemacht? Ich bin am Lenkrad und ich fange die Diskussion mit Gott an. Ganz ehrlich, ich fange mit ihm die Diskussion an, weil es mich persönlich voll erwischt hat. Und das ist das Thema und deswegen habe ich die Hand gehoben, dass es mir mit diesem Thema nicht gut geht. Und ich glaube, manchen von Ihnen, die jetzt zusehen, auch nicht. Die wissen, um was es geht. Wenn dich persönlich Leid trifft und hier geht es darum, wenn es dich persönlich trifft. Es ist ja was anderes, wenn es dich in der Theorie trifft. Dann kannst du viel philosophieren. Aber wenn es dich plötzlich mal persönlich erwischt und du bist dann konfrontiert, dann merkst du, ey, das ist gar nicht, gar nicht lustig. Und es tut auch richtig in der Seele weh. Und ich habe mit Gott angefangen zu diskutieren. Gott, hör mal zu, wir haben doch gebetet, so wie immer. Und es ist noch nie was passiert. Und wir sind vorsichtige Skifahrer. Und wieso denn jetzt? Und weißt du nicht? Ich meine, hallo, kümmer dich doch um meine Frau. Vielleicht hätte sie auch mir passieren können irgendwie. Aber warum meiner Frau? Gott, du weißt doch, wenn es eine Mama verspult, ist die ganze Familie in Schieflage. Wer soll deine Mutter kompensieren? Wer soll sich jetzt um die Kinder kümmern? Das muss, ja, jetzt muss ich das alles machen. Und natürlich steigt auch die Überforderung im Kopf. Ja, okay, Mama ist nicht da. Jetzt volles Programm. Wie kriegen wir das jetzt hin? Wie kriegen wir das hin mit Haushalt, mit Schule organisieren? Man hat ja auch noch selber zu arbeiten. Und ich habe mit Gott angefangen zu diskutieren und ihm wirklich die Fragen zu stellen. Gott, warum hast du das Leid zugelassen? Und plötzlich habe ich mich gefühlt wie ein Philosoph, der sich die Leidfrage stellt. Und ich habe Theologie studiert. Ich weiß, was die Theodizee-Frage ist. Die Frage nach der Rechtfertigung Gottes angesichts all des Leides in der Welt. Aber das war wirklich ein Augenblick, wo ich wirklich selber gemerkt habe für mich so, jetzt zieht es dir irgendwo selber den Boden unter den Füßen weg. Jetzt musst du es selber nochmal für dich selber durchdenken und einordnen. Das langweilt mich, es ärgert mich auch, es macht mich wütend und traurig. Gott, was soll das? Warum hast du nichts gemacht? Warum hast du jetzt dieses Leid zugelassen? Wir haben doch gebetet. Vielleicht finden Sie sich da wieder und Sie sagen sich, ja, natürlich, ich kenne das. Ich kenne das. Ich habe auch gebetet so oft. Vielleicht um mein Haustier. Vielleicht um, ja, meinen Verwandten. Auch meine Frau, meine Kinder und irgendwas Blödes ist passiert. Ich weiß, was Sie meinen. Pastor, ich weiß, was Sie meinen. Und das ist echt ätzend. Oder stellen Sie sich vor, ich wünsche, ich hoffe nicht, dass Sie sowas erlebt haben. Aber eine gute Bekannte von mir, auf einmal sagt sie, ich habe eine Krebsdiagnose. Ja, was machst du da? Das passiert doch nur anderen. Aber jetzt passiert es mir. Warum, warum ich? Gott, Gott, warum? Warum, warum ihr? Warum habe ich jetzt die Krebsdiagnose? Vielleicht sind Sie so sachlich und irgendwo, wenn man so mehr nüchtern ist, tut es ja auch irgendwie gut. Man kann so ein bisschen Abstand gewinnen und sich sagen, ja, okay, das passiert halt eben. Aber nicht jeder hat so diesen Abstand. Und die meisten sind dann wirklich mitgenommen und fragen sich, Gott, warum lässt du das jetzt zu? Oder Sie stehen am offenen Grab. Vor ein paar Tagen stehe ich am offenen Grab und ich schaue in diesen Abgrund. Und jedes Mal, wenn ich auf einer Beerdigung bin, wird mir selber bewusst, das ist unsere aller Zukunft. Eine offene Erdhöhle. Und in diese Dunkelheit werden wir gelegt. Ob Erdbestattung oder Uhrenbestattung. Das ist unser Ziel. Da kommen wir rein. Und spätestens an dieser Stelle frage ich mich, ja, wie krass ist das denn? Spätestens bei der Frage des Todes trifft uns alle das Leid. Ob wir es wegschieben wollen und verdrängen wollen oder nicht. Spätestens wenn uns der Tod trifft, spätestens dann erwischt es jede Familie. Jede Familie. Weil irgendeiner, ja, der wird sterben und wir werden traurig sein und leiden. Und uns auch dann fragen, Gott, hättest du die Krankheit nicht verhindern können, warum so früh? Der Tod ist immer zu früh. Aber Gott, irgendwie ist doch schlimm. Aber an dieser Frage, der Frage des Todes, ist es wirklich so, dass man nicht dran vorbeikommt und merkt, wir haben hier als Menschen irgendwie ein heftiges Problem. Wir haben ein Problem und das Leid ist mit das heftigste Problem, was dann gipfelt im Tod. Das ist das Grundproblem des Lebens, des Lebens. Weil Leben hat nichts mit Sterben zu tun. Wenn wir es jetzt trotzdem versuchen, philosophisch irgendwie auch anzugehen, um uns einen Reim drauf zu machen, weil wir sind bei HoopTV, wir wollen ja mit der Hoffnung umgehen, dann überlegen wir, okay, also versuchen wir mal Leid zu verstehen. Wir könnten erst mal sagen, okay, es gibt vielleicht eine Kategorie irgendwie, das Selbstverschuldetes leidet. Ich zitiere vielleicht unsere Kriege, die wir momentan haben, ja, Ukraine, Ukraine-Konflikt, furchtbar. Menschen sterben jeden Tag. Jetzt kommt ein Hauskonflikt noch mit rein. Auch in Israel, im Gazastreifen, sterben Menschen. Aber trotzdem könnten wir sagen, okay, selbstverschuldetes Leid. Irgendwie, warum macht der Mensch keinen Frieden? Es wäre doch auch irgendwie möglich. Gut, also es gibt selbstverschuldetes Leid. Was aber, wenn dich Leid durch Naturkatastrophen zum Beispiel trifft oder eben durch Krankheit, plötzlich unvorhergesehen, wo du eigentlich sagst, ich kann irgendwie nichts dafür und plötzlich kam es halt. Was machst du dann? Dann hast du nicht irgendwie eine Entschuldigung, dass du sagen kannst, ja, die Menschen sind unfähig, Frieden zu schließen, sondern es ist einfach über uns hereingebrochen. Obwohl es natürlich spannend ist, auch hier die Fragen zu stellen, inwiefern ist der Mensch an Dingen wirklich schuld? Wenn wir natürlich Klima mit reinnehmen, könnten wir sagen, irgendwo haben wir natürlich jetzt über, seit der Industrialisierung irgendwie natürlich auch die Finger drin. Also spannende, spannende Fragen. Aber egal, woher das Leid kommt und egal, wie wir es einordnen, wir können definitiv sagen, wir haben ein Problem. Und wir haben jetzt dann ein richtiges Problem, wenn wir, wenn wir was dazu denken, wenn wir Gott dazu denken. Wenn wir Gott nicht dazu denken, ohne Gott, dann ist das Leid an sich einfach ätzend. Und wir sagen einfach, naja gut, also es ist halt einfach schlimm in unserer Welt. Aber wir könnten es auf die Evolution schieben, sage ich mal, naturwissenschaftlicher Aspekt. Und wir könnten sagen, naja gut, also das Leben ohne Gott ist halt das Recht des Stärkeren. Und man muss gucken, wie man zurechtkommt in diesem Kosmos und irgendwie der, der sich durchsetzt, der Glück hat, der überlebt halt. Der Schwächere verliert, ist halt so. Geht, glaube ich, sogar noch irgendwie besser, als wenn du den Mister hier mit einführst in die Diskussion, den Big Boss. Wenn du Gott mit reindenkst, dann sagst du dir auf einmal, ja okay, aber Gott, Gott und du, Gott und Leid, ja, das passt doch nicht richtig zusammen. Und jetzt sind wir genau bei der Theodizie-Frage. Theos ist griechisch, heißt übersetzt Gott. Und dike, auch griechisch, heißt übersetzt Gerechtigkeit. Und daher kommt dieses Wort, die Gerechtigkeit Gottes angesichts des Leides in dieser Welt. Wie gehen wir damit um? Und man kann sie formulieren, diese Leidfrage. Wie lässt sich ein allmächtiger und vollkommener guter Gott angesichts der Übel und des Leidens auf der Welt rechtfertigen? Das ist die Frage. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Jetzt sagen wir uns, okay, erste Möglichkeit, Gott ist auf jeden Fall allmächtig. Ja, daran glauben wir doch als Christen. Glauben Sie daran, dass Gott allmächtig ist, dass er alles in der Hand hat? Wenn Sie die Frage mit Ja beantworten, dann sagen wir, okay, alles klar, Gott ist allmächtig. Hm, Problem. Warum aber so viel Leid in dieser Welt? Hm, also gut, er ist allmächtig, aber er lässt das ganze Leid zu. Also ist er irgendwie nicht gut. Oder? Hm. Okay. Ja, dann. Aber Gott ist gut. Gott ist auf jeden Fall gut. Ist Gott gut? Was sagen Sie? Ja, Gott ist gut. Okay, Gott ist gut. Hm. Mist, schon wieder dieser Felsen hier mitten in der Landstraße. Der Brocken, der nicht aus dem Weg geht. Wenn Gott gut ist, aber es ist so viel Leid in dieser Welt. Hm. Dann, naja, okay, dann kann er irgendwie nicht allmächtig sein, oder? Weil wenn er allmächtig wäre, würde er den Brocken einfach wegräumen. Und genau das ist das Dilemma, in dem die Philosophen stehen und in dem wir stehen. Auch als Christen. Und wer Atheist ist, Atheist, A, ohne Gott im Griechischen, nicht Gott, der hat es sogar noch leicht, weil der sagt, Gott spielt für mich überhaupt keine Rolle. Aber wer Gott mitdenkt, und das sind wir doch als Christen, wie kriegen wir es hin? Was machen wir als Christen mit dieser Fragestellung? Wir haben doch ein Buch. Ich habe es heute, das Buch der Bücher, in meinem Smartphone. Gehen wir doch mal da rein und überlegen uns skizzenhaft, wie wir, was die Bibel für Antworten gibt. Starten wir mal. Was sagt uns die Offenbarung Gottes von Menschen, die Gott erlebt haben? Was sagen die uns, damit wir einen Rahmen haben, wie wir irgendwie Antworten versuchen? Bauen wir erstmal das Grundgerüst, bevor wir Antworten versuchen zu finden. Erstes Grundgerüst. Hat Gott oder Jesus jemals gesagt, dass Leid, das Leid keine Rolle spielt? Hat Gott oder Jesus irgendwo gesagt, es gibt kein Leid? Was sagen sie? Steht das irgendwo in der Bibel? Es gibt für den Menschen kein Leid. Nee. Also es gibt Leid. Hm. Müssen wir leider zugeben. Hat auch Gott und Jesus in den Schriften der Bibel? Heißt es ganz klar. Nein. Leid kann passieren. Okay. Gut. Ist mal wichtig für die Einordnung. Ist Gott souverän? Frage. Ist Gott allmächtig? Ist Gott allmächtig? Ist er das? Wir haben es vorhin schon, indem ich sie gefragt habe, haben sie es für sich doch schon eigentlich beantwortet, oder? Und wir können Texte, wir können Texte aufrufen. Genesis 1, Vers 1. Gott ist der Schöpfer. Ich zitiere nur Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Gott, ganz klar, allmächtig. Die Schrift, es gibt so viele Textstellen, alleine in jedem Text, wo es heißt El Shaddai im Hebräischen, der Allmächtige. Ja, also da kommst du nicht raus aus der Kiste. Gott ist allmächtig. Müssen wir einen Check machen. Ist Gott Liebe? Ist Gott Liebe? Wie sieht es aus mit unseren Grundparametern, den Grundparametern der Theodizierfrage? Allmacht gut, gut. Liebe, also Liebe. Checken wie Liebe. Ist Gott Liebe? Mir fällt ein Standardtext ein. Welcher Text fällt Ihnen ein? 1. Johannes 4, Vers 16. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Dumm gelaufen. Die Bibel sagt ganz klar, Gott ist Liebe. Okay, müssen wir auch einen Check machen. Okay, aber irgendwie gerecht, gerecht, Fragezeichen, ist Gott gerecht? Komm, hey, na, daran hängt es doch, die Gerechtigkeit Gottes. Der ist doch, das kann doch nicht sein. Aber dummerweise, was sagt die Offenbarung des Herrn? Was sagen diese 66 Bücher? Ich zitiere nur eine Stelle, Psalm 145, Vers 17. Der Herr ist gerecht in allem, was er tut. In allem, was er tut. Auf ihn ist immer, immer Verlass. Okay, bleibt uns nichts anderes übrig. Gott, nach der Offenbarung, nach seiner Offenbarung im Alten und Neuen Testament müssen wir sagen, okay, theologisch, er ist auch gerecht. Hm, jetzt kommen wir zu den Antwortversuchen. Okay, dann versuchen wir Antworten. Dann versuchen wir Antworten jetzt darauf zu finden und ich nenne es mit Absicht Antwortversuche, weil wer bin ich und wer sind Sie, dass wir jetzt heute hier in dieser Sendung die Lösung auf die Leitfrage finden? Niemand wäre so vermessen. Wir machen aber trotzdem, weil wir uns versuchen, einen Reim drauf zu machen. Und das müssen wir ja als Menschen. Also wollen wir es trotzdem versuchen? Versuchen wir es. Antwort Versuche. Versuchen wir. Wie kommen wir damit irgendwie einigermaßen klar in dem Dilemma, das uns immer mal wieder begegnet? Erster Text, der mir irgendwie einfällt, so als grundlegend, Römer 5, Vers 12. Durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen. Die Sünde ist in die Welt gekommen. Das bedeutet, wenn das die Welt ist, dann ist die Sünde in die Welt gekommen. Und jetzt heißt der Text weiter und als Folge davon der Tod, dem alle ausgeliefert sind, alle Menschen, denn alle haben auch selbst gesündigt. Oder sind Sie perfekt? Bin ich perfekt? Oder müssen wir manchmal Entschuldigung sagen und merken wir, oh, da sind Sachen, da habe ich auch verpeilt. Ja, wir müssen es zugeben. Die Lebensordnung, die Lebensordnung, die vollkommene Lebensordnung wäre ein perfekter Kreis. Aber der Kreis ist nicht mehr perfekt. Der Kosmos ist aus den Fugen geraten. Der Kosmos wackelt. Also die Lebensordnung ist zerstört. Das müssen wir mal als erstes festhalten. Die Lebensordnung ist zerstört und das sagt die Bibel auch. Und deswegen haben wir Probleme im Leben, auch Dinge zu verstehen. Und deswegen trifft uns auch grundsätzlich mal Leid, weil die Lebensordnung zerstört ist. Also deswegen kann auch Gott und Jesus nicht sagen, es gibt kein Leid. Deswegen haben wir einen Check gemacht. Nein, Gott und Jesus sagen selber, ey, es kann gar nicht anders sein. Das Problem ist in die Welt gekommen. Die Sünde ist in die Welt gekommen und damit auch das Leid. Okay, ist mal wichtig, grundsätzlich festzuhalten. Wir leben eben nicht in einer perfekten Welt. Zweite Ebene, zweiter Antwortversuch. Woher kommt das Leid? Das Leid kommt eigentlich immer vom Schreibtisch des Bösen. Wie meinst du jetzt das Böse? Ich mache mal das umgedrehte Kreuz. Das Böse kommt eigentlich immer vom Schreibtisch des Bösen. Das sagt uns die ganze Schrift. Wir gehen in die Versuchungsgeschichte Jesu. Von jedem wurde Jesus versucht von Satan, heißt es in der Schrift. Wir gehen in verschiedene Bücher. Wir gehen in Offenbarungen. Offenbarung Kapitel 12 ans Ende. Da heißt es, der Verkläger, der Brüder, der Satan ist der Ankläger. Das ist der Durcheinanderwerfer. Gott versucht irgendwie Sinn zu stiften und der Ankläger macht alles kaputt. Also was können wir sagen? Auf jeden Fall das Böse ist in der Welt durch das Böse. Also die Bibel nennt das Böse als Satan, Luzifer, Lichtträger, ein gefallener Engel. Und der hat das Böse in die Welt gebracht. Auch wenn wir in die Hiob-Geschichte gehen. Lesen Sie mal Hiob im Alten Testament. Dann sehen wir auch, dass Satan noch Zugang zum Thron Gottes hatte zu dieser Zeit und in den Thronraum kommt. Und dass ihm dann auch die Idee einfällt, ich bring mal fettes Leben von Hiob durcheinander. Wer hat es zugelassen? Gott hat es zugelassen. Aber das Böse, Satan, hat das Leben von Hiob durcheinander gebracht. Das heißt, er ist verantwortlich für das Böse. Aber Gott hat es zugelassen. Das heißt, Gott ist aber deswegen immer noch in Kontrolle. Von Gott kommt das Böse nicht, aber Gott lässt das Böse manchmal zu. Nächster Antwortversuch, nächste Ebene, um das Problem besser zu verstehen. Gott hat den Überblick. Gott hat trotzdem die Kontrolle, haben wir gesagt. Und einer für mich wichtigsten Texte ist Jesaja 55, Vers 9. Merken Sie sich den? Vielleicht haben Sie ihn auch schon mal gehört. Da sagt Gott, denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Das bedeutet, Gott hat den Überblick. Gott blickt über die Dinge von oben drauf. Er hat den Überblick. Das bedeutet, auch wenn wir Dinge nicht verstehen, auch wenn Gott manchmal Dinge zulässt, trotzdem hat er den Überblick und er hat die Kontrolle. Das ist extrem tröstlich. In diesem Text für alle die, die noch tiefer einsteigen wollen, lesen Sie das mal für sich durch, wenn Sie Zeit haben. Jesaja 55, um was geht es auch? Wo checken die Leute nicht mehr, was sie machen sollen? Wo checkt der Mensch nicht mehr, was er machen soll? Wenn es um die Frage geht, wo gehe ich denn hin mit meiner persönlichen Schuld, mit meinem eigenen Versagen? Und Gott sagt, ich habe eine Lösung für dich. Ich habe eine Lösung für die Welt. Ich habe eine Lösung, wohin mit der Schuld und wohin mit der Zerrissenheit? Ich bringe sie ans Kreuz. Einer stirbt und der bringt die Lösung. Vergebung. Gott nimmt die Schuld auf sich und löst das Dilemma des Menschen. Mega, mega. Die Leute haben gedacht, der ganze Mensch, die ganze Menschheit stirbt in seiner Schuld. Und Gott bringt die Antwort. Gott hat ein Konzept, wie er mit dem Unrecht des Menschen umgeht. Gott führt Vergebung in den Kosmos ein. Gott ist mit uns. Er ist mit uns im Leid. Warum ist er mit uns im Leid? Und man könnte hier anführen, wir haben das Chaos. Aber was sagt Psalm 23? Psalm 23, einer der ganz bekannten Psalme, der Hirte. Gott ist der Hirte, der mit dir geht, auch wenn du im Tal des Todesschattens bist, sagt es. Auch wenn ich durchs dunkle Tal gehe, ist trotzdem der Herr bei mir. Das heißt, Gott ist trotzdem mit uns, auch wenn es sich manchmal so furchtbar anfühlt. Was sagt Jesus? Wir haben ja gefragt, was sagt eigentlich Jesus und Gott? Ja, Jesus sagt, das Leid ist in dieser Welt. Aber Jesus sagt auch, Johannes 16, Vers 33, Gott ist also trotzdem in der Lage, Frieden zu geben, auch wenn man krasse Situationen erleidet. Das ist schon phänomenal. Und es gibt Menschen, die erleben schweres Leid und sagen trotzdem, in Gott, bei meinem Hirten, fühle ich mich trotzdem geborgen. Ich erlebe trotzdem irgendwo Frieden. Das ist ein Wunder, oder? Aber das ist geistliches, geistliches, göttliches Wirken. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Aber seid getrost, ich habe diese Welt besiegt. Wie hat er sie besiegt? Wir haben schon darauf hingewiesen, er schafft die Erlösung, die Erlösung aus dem Dilemma des Menschen, indem er die Schuld und das Dilemma des Menschen selbst ans Kreuz trägt, selbst stirbt und uns freimacht, uns befreit, grundsätzlich uns befreit von der Schuld und von dem Schlamassel. Was für einen Text könnten wir hier anführen? Jesaja 53, Vers 4. Alttestamentlicher Text, Jesaja 53, schon im Alten Testament. Und das ist nur einer. Es gibt zig Texte, die darauf hinweisen. Aber der Jesaja-Text ist so schön, weil er unseren Schmerz mitformuliert. Dabei war er es, der Messias, der unsere Krankheit auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, das Leid, das wir ertragen müssen. Das heißt, Gott leidet auch immer mit. Und er hat letztendlich das Leid am Kreuz besiegt und schafft uns Ewigkeitsperspektive, indem er eines Tages auch sagt, ich mache alles wieder neu. Also derjenige, der die Leitfrage löst, ist der Messias. Es ist mega, mega. Wir kommen raus aus dem Dilemma. Deswegen sind wir Christen. Nichts anderes. Der griechische Name, Christos, für den hebräischen Namen, Maschiach, Messias. Der Messias ist es, der uns das Heil bringt. Deswegen sind wir Christen. Deswegen machen wir Hoffnungsfernsehen. Und jetzt sind wir bei der Hoffnung. Deswegen haben wir Hoffnung auch im Leid, weil es einen gibt, der uns durchträgt durch alles Leid, der uns trotzdem wieder zum Frieden bringen kann, auch wenn wir schwer mitgenommen sind. Jesus hat all das Leid und den Schmerz der ganzen Welt am Kreuz auf sich genommen. Es gibt noch ein Konzept, das uns hilft. Und das ist das große Kampfkonzept. Vielleicht haben Sie es schon mal gehört. Ein Text, der darauf hinweist, ist zum Beispiel 1. Korinther 4, Vers 9. Da heißt es, der Apostel Paulus spricht hier doch, ich meine, dass Gott uns seinen Aposteln den letzten Platz zugewiesen hat. Wir sind wie Menschen, die zum Tod in die Arena verurteilt wurden. Die Jünger, die Apostel haben auch Leid erlebt. Paulus fühlt sich wie einer, der in die Arena jetzt kommt und gegen wilde Tiere vielleicht kämpfen muss im Bild. gesprochen. Und dann sagt er, aber unser Kampf findet vor den Augen der ganzen Welt statt. Menschen und, wer noch? Engel. Beobachten, gespannt, wie es ausgehen wird. Das heißt, es gibt irgendwo eine Perspektive, die noch von außen drauf leuchtet. Gott, die himmlische Perspektive, der steht immer über allem. Und Paulus spricht diese himmlische Perspektive an und sagt, wir werden beobachtet. Wussten Sie, dass wir beobachtet werden? Wir werden beobachtet. Und der Himmel schaut, wie sich das Böse hier entwickelt. Das ist das große Kampfkonzept. Es gibt einen großen Kampf auf dieser Welt und jeder würde zustimmen. Ja, das stimmt. Die Welt ist ein großes Chaos. Aber Gott sagt, dieses Chaos entfaltet sich. Und damit diese Frage, ist Gott trotzdem gerecht? Angesichts des Leids in dieser Welt, dass sie sich klärt und für das ganze Universum beantwortet werden kann mit der Antwort, ja, Gott ist gerecht. Gott ist gerecht und er ist gleichzeitig gut. Gott ist allmächtig. Gott ist gut. Und deswegen muss das Leid sich entfalten und sich in den verschiedenen Variationen durchspielen. Und am Ende wird sich dann trotzdem herausstellen, dass Gott trotzdem eine Lösung dafür hat, weil er letztendlich für das Leid gestorben ist. Also Gott gibt die Antwort selber und sagt, ich nehme das ganze Chaos auf mich und insofern bin ich auch die Lösung. Ich nehme das Leid auch weg. Aber Leid eben nicht in der Theorie, sondern vollumfassend ausgelotet. Und das ist auf unserer Welt so. Also niemand kann irgendwann mal mehr sagen, ach ja, vielleicht geht es ohne Gott doch irgendwie ein bisschen besser. Weil das hat der Ankläger, der Brüder ja die ganze Zeit getan. Sondern irgendwann, wenn diese Welt abgeschlossen ist, wird man sagen, also wir haben das Elend. Wir haben das Elend ganz klar ausgelotet. Und jetzt hat es Gott aufgeräumt. Antwort für Suche bleiben trotzdem Antwort für Suche. Das ist mir vollkommen klar. Und wir können die Leidfrage trotzdem nicht letztendlich auflösen. Und wenn wir mal gehört haben, vielleicht haben Sie es auch mal gehört, ja. Ähm, ähm, äh, frag halt irgendwie warum. Nee, warum frage, ganz schlimm. Frag wozu, warum weiß keiner. Frag wozu, wozu weiß auch nicht wirklich einer. Vielleicht müssen wir eher sagen, wenn wir überhaupt irgendwelche Fragen stellen, dann sagen wir, wenn es mich persönlich trifft, Gott hilf mir einfach, dass ich irgendwie für mich jetzt damit klarkomme, dass ich jetzt für mich irgendwelche Antworten finden kann, die mir irgendwie weiterhelfen, ganz persönlich, ganz individuell. Aber die großen, die großen Fragen, die können wir trotzdem nicht wirklich letztendlich ausloten. Wichtig ist die geistliche Perspektive. Die Perspektive des Vertrauens. Und diese 66 Bücher sind geschrieben worden im Alten Testament und im Neuen Testament von Menschen, die gesagt haben, wir bleiben trotzdem dran. Weil wir sehen letztendlich trotzdem, dass der Gott, der sich selbst opfert und der selbst das ganze Schlamassel auf sich nimmt, der zieht sich nicht raus und guckt nur von außen passiv zu, sondern der nimmt das Ganze auf sich. Der ist trotzdem vertrauenswürdig, auch wenn es mich selber trifft. Und deswegen halte ich irgendwie an ihm trotzdem fest. Und das wünsche ich, das wünsche ich auch Ihnen, dass Sie im Vertrauen leben können, trotz ungelöster Fragen. Weil Sie auf diesen Gott schauen, in Jesus Christus und weil Sie merken, ja, welchen Gott gibt es sonst so? Ich meine, wer identifiziert sich so mit dem Leid des Menschen? Wer holt den Menschen letztendlich raus? Wer löst letztendlich die Frage des Todes? Du, der Messias. Also kann ich ihm vertrauen, auch wenn ich viel überhaupt nicht verstehe. Ich lese den letzten Text. Es steht in Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Eine andere Übersetzung, die Elberfelder Übersetzung sagt, alle Dinge wirken denen trotzdem irgendwie zum Guten mit, die sich an Gott halten. Und das wünsche ich Ihnen heute. Halten Sie sich trotz all der ungelösten Fragen. Halten Sie sich an Gott. Halten Sie sich an Jesus. Vertrauen Sie ihm, weil der, der alles gegeben hat, der gelitten hat, wie Hund, wie keiner, der ist vertrauenswürdig. Halten Sie sich an ihn. Vertrauen Sie ihm. Versuchen Sie, das dran zu bleiben. Er wird Ihnen Frieden geben. Er ist Ihr Hirte. Und über Zeit kommen Sie in die Ruhe und können trotzdem an ihm festhalten. Alles Gute für Sie.